Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 131 Schimpf und Schande Im Mungus saß Lucius an einem kleinen Tisch am Fenster und blickte gedankenverloren hinaus. Das Gespräch mit Mr. Shacklebolt war unbefriedigend verlaufen. Man wollte tatsächlich von ihm weitere Informationen über Todesserverstecke haben, doch mehr als das, was der damals Gold Senior nach einer feuchtfröhlichen Nacht an Informationen aus der Nase hatten ziehen können, konnte er nicht liefern. Natürlich war Lucius davon ausgegangen, dass der Gatte seiner verschiedenen Schwägerinnen und dessen Bruder sich dem Fidelius bedient haben könnten, denn er selbst hatte ebenso gehandelt. Greyback hingegen könnte in der Muggelwelt untergetaucht sein, denn er selbst war kein Zauberer. So wie der Wehrwolf einer gewesen war, den Dumbledore einst als Lehrer engagiert hatte, dachte Lucius abwertend. Selbst Bellatrix hatte Angst vor Greyback gehabt. Sie war es gewesen, die sich lauthals darüber ausgelassen hatte, dass der Dunkellord solche minderwertigen Kreaturen zu seinen Anhängern zählen wollte. Ihre Bedenken waren bis zu Voldemort selbst vorgetrungen, sodass er Bellatrix zu sich rufen ließ, um ihre Ansicht zu ändern. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, der Dunkle Lord hätte seine eigenen Anhänger mit Schmerzen zur Loyalität erzogen, hatte er, zumindest anfangs, mehr auf Gespräche gesetzt. Schlangenähnlich, wie er war, hatte er die Menschen um sich herum mit viel Geschick beeinflusst, indem er mit gespaltener Zunge zu ihnen gesprochen hatte. Ein Kroziatus hatte Voldemort erst angewendet, wenn man in seiner Gunst tief gefallen war oder wenn man, wie Draco, sich bereits bei der Zeremonie beim Aufsagen des Treueschwurs verhaspelt hatte. Karkaroff hatte geahnt, was er zu erwarten hatte, würde er zum Dunklen Lord zurückkehren, aber letztendlich hatte er seinem Schicksal nicht entkommen können. Leiden musste Lucius erst, als er die Prophezeiung nicht hatte besorgen können und später war es nur noch schlimmer geworden, weil seine Frau und sein Sohn auf und davon waren. Für Voldemort waren nicht nur Draco und Severus Verräter gewesen, sondern offensichtlich auch Lucius selbst. Wenigstens hatte der Dunkle Lord sich seiner nicht entledigt, denn hier und da hatte er mit seinem Slytherin-Verstand immer wieder strategische Vorschläge vorbringen können, die für Voldemort nicht uninteressant gewesen waren. Einen einzigen Ort hatte Lucius nicht als mögliches Versteck für die flüchtigen Todesser genannt und das war ein kleines Schlöschchen, welches den meisten Anhängern Slytherins nicht einmal bekannt gewesen war. Severus kannte es, denn dort hatte er damals für Voldemort an neuen Tränken geforscht und Lucius war dieses Gebäude nur bekannt, weil er Severus eines Abends dabei Gesellschaft geleistet hatte. Es hatte sich um die Nacht gehandelt, in welcher Voldemort das erste Mal aufgebrochen war, um die Potters und deren Kind niederzustrecken. Doch dabei war er kläglich gescheitert, wie auch die beiden weiteren Male. Lucius erinnerte sich daran, wie anstrengend es für ihn gewesen war, sein Amusement zu unterdrücken, als der selbsternannte Dunkle Lord nicht einmal gegen ein Schlammblut und einen Blutsverräter hatte ankommen können. Trotzdem Lucius seine Bedenken gegenüber Shacklebolt geäußert hatte, dass er seine Frau in Gefahr sehen würde, wollte der nichts unternehmen. Den Hinweis, dass wenigstens die beiden Lestrange-Brüder mit Sicherheit den Tagespropheten gelesen hatten und von der Freigabe von Malfoy Manor wissen müssten, ließ Shacklebolt augenscheinlich kalt. Möglicherweise hatten die Auroren selbst schon erahnt, dass sie auf dem nun wieder bewohnten Anwesen der Malfoys auf Todesser treffen könnten, die sich einen Unterschlupf bei Narzissa erhofften. Glauben Sie wirklich, hatte Shacklebolt begonnen, dass die beiden so unüberlegt handeln könnten und einen Ort aufsuchen würden, an dem sie mit Auroren rechnen müssen? Lucius hatte nur eine Bestätigung dafür erhofft, dass man auf seine Frau Acht geben würde. Mr. Shacklebolt, Sir, wenn Sie Miss Bones bitte davon unterrichten würden, dass ich noch immer auf Ihre Gesellschaft hoffe, hatte Lucius ihm höflich nahegelegt. Mehr als einmal hatte er durch Schwester Marie eine Nachricht an Miss Bones weiterreichen lassen, doch die war bisher noch nicht erschienen. Ich werde es ihr ausrichten, aber sie hat momentan sehr viel zu tun, Mr. Malfoy, war Mr. Shacklebolt's knappe Antwort gewesen. Das Gespräch war über eine Woche her und bis heute hatte Miss Bones sich nicht bei ihm sehen lassen. Lucius seufzte und hoffte innig, dass er die einzige Ansprechpartnerin im Ministerium, die nach Maries Meinung noch immer anständig mit ihm umgegangen war, nicht vollends vergrault hatte. Im Ministerium saß Susan im Büro und füllte notwendige Formulare aus, damit sie demnächst ihre Schwangerschaftszeit antreten konnte, als Kingsley ihr Büro betrat. Susan, wie geht's? Fragte er nach und ließ seinen Blick einmal über ihre nun sichtbar gewachsenen Bauch gleiten. Mir geht es gut. Danke in der Nachfrage. Und selbst? Bestens. Die Gesetzesentwürfe sind fast fertig. Hermine hat mir ein gutes Stück weiter geholfen. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass sie sogar eine Änderung beim Gesetz zum Schutz der Muggel vorschlagen würde, aber sie hat Recht mit dem, was sie sagte. Erzählte Kingsley. Was hat sie denn gesagt? Wollte Susan wissen. Sie meinte, dass das Gesetz zum Schutz der Muggel nicht durch das Gesetz zum Schutz der Zaubererwelt aufgehoben werden darf. Besonders die Vergiss-mich-Zauber hat sie angeprangert und sie hat empfohlen, die Gedächtnisoptimierung einzudämmen und nur in tatsächlichen Notfällen zu gebrauchen. Susan zog ihre Augenbrauen bis zum Haarensatz hinauf, bevor sie sagte. Das würde aber völlig neue Richtlinien im Umgang mit Muggeln fordern, die von unserer Welt erfahren haben. Genau, und da wird es ein wenig knifflig. Man müsste ein Komitee ins Leben rufen, das sich um jeden einzelnen Fall individuell kümmern müsste, bis entschieden wird, ob ein Vergiss-mich-angewandt werden sollte oder nicht. Sagte Kingsley, klang dabei aber nicht ein bisschen demotiviert, denn er begrüßte diesen Vorschlag. Gut für die Muggel, würde ich sagen, sagte Susan lächelnd. Direkt neben Susan nahm Kingsley auf einen Besucherstuhl Platz, den er herangezogen hatte. Er blickte auf die Formulare auf dem Schreibtisch, bevor er fragte. Wann verlassen Sie uns, Susan? In gut zwei Wochen, erwiderte sie. Den Fall Malfoy geben Sie in meine Hände? Susan nickte, bevor sie erklärte. Sie waren von Anfang an mit der Akte vertraut. Ich möchte, dass im Januar alles glatt läuft. Werden Sie ihn vorher noch einmal aufsuchen und ihn darüber persönlich informieren, dass Sie eine kleine Auszeit nehmen? fragte Kingsley. Diesmal blickte er demonstrativ auf ihren Bauch, denn er wusste, dass sie nur deshalb Bedenken hatte, Lucius Malfoy gegenüberzutreten. Kleinlaut fragte sie, obwohl sie die Antwort kannte. Er kann wieder sehen? Kingsley nickte. Naja, ich kann es nicht ewig geheim halten. Ich werde ihn besuchen, bevor ich das Miniserium vorerst wegen dem Kind verlassen werde. Ich könnte Sie begleiten, Susan, bot Kingsley unterstützend an. Nein, das muss ich allein durchstehen, sagte sie betrübt, denn sie schrieb sich selbst einfach nicht genügend Mut zu. Die Schwester wird auch im Zimmer sein. Malfoy hatte es mehrmals angeboten, damit sie sich in seiner Gegenwart nicht unwohl fühlen, erklärte Kingsley, der so unsicher wirkenden Susan. Da fühle ich mich doch gleich viel besser, log sie, verschämt lächelnd. Ich werde vorher noch mit meinen Verlobten reden. Ja, das sollten Sie tun, empfahl Kingsley, bevor er unerwartet ihre Hand nahm und sie ermutigend drückte. Wir sehen uns dann morgen bei der Besprechung, sagte er noch verabschiedend. Während ihrer langen Pausenzeit, die sie so gelegt hatte, dass auch die Schüler in Hogwarts gerade zu Mittag essen würden, flurte Susan direkt zu Draco, der ihre Eule am Morgen und die damit übermittelte Botschaft über ihre Ankunft erhalten hatte und bereits erwartungsvoll ihrem Besuch entgegensah. Susan, hauchte er sehnsuchtsvoll, als er sie zur Begrüßung in die Arm schloss. Sie drückte ihn fest an sich, doch als sie einfach nicht loslassen wollte, fragte er flüsternd direkt in ihr Ohr hinein. Was hast du denn? Sie seufzte, bevor sie die Umarmung löste und bekümmert offenbarte. Ich werde deinen Vater heute oder morgen besuchen. Du weißt ja, dass bald der Mutterschutz beginnt. Bei mir schon etwas früher, weil die Arbeit einfach zu stressig ist. Verstehe, du hast Angst, dass er dir das Leben schwer macht. Soll ich mitkommen? bot er an. Den Kopf schüttelnd, erklärte Susan. Nein, danke. Ich möchte... Nein, ich musste allein durch. Kingsley hatte mir auch schon angeboten, mich zu begleiten. Kingsley? War doch der, der als Severus und mich verhört hatte, oder? Ja, genau der. Ich... Sie seufzte erneut und setzte sich, bevor sie es nochmals versuchte. Weiß nur nicht, wie dein Vater reagieren könnte. Ich meine, ich bin Mitte des sechsten Monats. Man sieht es, selbst durch meinen dicken Mantel hindurch. Am liebsten wäre mir, wenn er mich nur beleidigen würde, weil ich vermeintlich zugenommen hätte. So dumm ist mein Vater wirklich nicht. Er weiß von dir und mir und wenn er das sieht, dann wird er Bescheid wissen. Er schenkte ihr Kürbissaft ein, während er laut vermutete. Wie würde mein Vater reagieren? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war es noch in Azkaban. Wer kann schon sagen, ob er sich von alleine Gedanken über alles gemacht hat. Oder ob womöglich die Briefe meiner Mutter ihm deutlich gemacht haben, dass sie dich mag und sie sich wünscht. Er würde sich ein Beispiel an ihr nehmen. Deine Mutter hat ihm von mir... Was hat sie geschrieben? Wollte Susan wissen. Das weiß ich nicht. Wenn sie Briefe schreibt, dann nimmt sie sich aber sehr viel Zeit dafür. Ich vermute stark, dass sie von dir in den höchsten Tönen geschwärmt hat. Deine Mutter hat nie einen Antrag gestellt, ihn besuchen zu dürfen. Warf sie ein wenig verwundert ein. Draco schüttelte den Kopf. Nein, er will nicht, dass sie sich gesellschaftlich erniedrigt, weil sie einen Gefangenen besucht. So ist er halt. Ein Hauself brachte das Mittagessen und während sie aßen, unterhielten sie sich über die bevorstehende Begegnung von Susan und seinem Vater. Du brauchst keine Angst zu haben, Susan. Mein Vater würde sich bestimmt verkneifen, im Beisein der Schwester seine Schimpftirade über Blutsverräter hinunter zu leiern. Er könnte höchstens ein paar Zweideutigkeiten fallen lassen, an denen du dich aber nicht stören darfst. Gab Draco als Ratschlag. In Dracos blassem Gesicht zeichnete sich eine gewisse Röte ab, die Susan ganz herzallerliebst fand. Sie forderte ihn nicht dazu auf, seinen Satz zu beenden, denn die Blicke, die er ihr zuwarf, sprachen Bände. Sie war die Frau, mit der er sein Leben verbringen wollte. Ich... Begann Susan etwas unsicher. Er blickte sie interessiert an, sodass sie sich einen Ruck gab und sagte. Meine Mutter hat gefragt, wann wir heiraten wollen. Du hattest dir ein wenig Zeit gewünscht, was völlig in Ordnung ist. Es ist nur... Sie truckste ein wenig darum herum, doch letztendlich redete sie Tacheles. Es ist nur so, dass ja auch bald die gesetzlichen Acht-Wochen-Schutz für Mutter und Kind wirksam werden. Wenn wir heiraten möchten, bevor das Kind da ist, dann müssten wir das innerhalb der nächsten beiden Monate machen. Denn ansonsten können wir keine Freunde einladen. Oder wir verschieben das Ganze auf die Zeit nach der Geburt. Er unterbrach höflich und sagte. Es tut mir leid, dass ich mir so viel Zeit gelassen hatte. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie möglich wäre, meinen Vater einzuladen. Ob er kommen würde, stünde natürlich auf einem anderen Blatt. Man hat mir gesagt, dass zwar manche Gefangene Urlaub beantragen können, aber er zählt nicht zu denen. Es... Er ließ den Kopf hängen. Mit flüsternder Stimme versicherte sie. Ich verstehe dich, Draco. Ich verstehe, dass du ihn dabei haben möchtest. Er ist immerhin dein Vater und du bist sein einziges Kind. Draco überspielte seine Enttäuschung und sagte abwinkend. Es würde eh nur Ärger geben, wenn er auf meine neuen Verwandten treffen würde, die ich natürlich einladen werde. Seine Mutter hatte wie selbstverständlich eine kleine Gästeliste in der Hoffnung gestaltet, ihrem Sohn ein wenig Arbeit für die Hochzeitorganisation abnehmen zu können. Doch auf der Liste kamen nicht sehr viele Namen zusammen. Hast du eine Gästeliste fertig? Fragte Susan. Mein Dad hatte schon gefragt. Er möchte so gern den Brauch in unserer Familie fortführen, dass er als Vater der Braut die gesamte Hochzeit bezahlt. Das ist nicht notwendig, Susan. Ich habe auch Geld. Meine Mutter hat mir ein eigenes Verlies bei Greencords eingerichtet und mir einen Anteil gegeben. Ich weiß, Draco. Aber mein Vater freut sich darauf. Er möchte das so gern machen, sagte sie mit treuem Hundeblick. Er nickte zustimmend, bevor er per Aufrufezauber seine Gästeliste an den Tisch schweben ließ und sie Susan reichte. Lächelnd nahm sie die Liste entgegen und las in Gedanken die Namen. Andromeda, Ted und Nymphadora Tonks, Remus Lupin, Anne und Sirius Black, Severus Snape. Draco bemerkte, dass sie es stutzte, sodass er erklärte. Hm, meine Mutter dachte wohl, ich würde die Tonks und Blacks nicht einladen. Dabei weiß ich sehr wohl, was sich gehört, auch wenn ich die Leute kaum kenne. Naja, du kennst Snape am besten. Sie blickte auf. Meinst du, er würde kommen? Er war bei der Verlobungsfeier von Tonks und Lupin. Warum sollte er nicht zu meiner Hochzeit kommen? Auch wieder wahr, murmelte Susan. Dann mach die Liste fertig, damit ich sie Ende der Woche... Die Liste ist vollständig. Versicherte Draco, doch kaum hatte er seinen Satz beendet, fühlte er sich schäbig. Gästelisten für Hochzeiten waren in der Regel wesentlich länger, doch er fragte sich, wen er noch einladen sollte. Das sind nur deine Verwandten. Dein Patenonkel zählt dazu. Jetzt schreib doch deine Freunde auf. Bat sie ihn lächelnd. Doch als sie von der Liste aufblickte und sein betrübtes Gesicht sah, in welchem sich eine Spur Scham abzeichnete, da bereute sie ihren Ratschlag. Ich weiß wirklich nicht, wen ich einladen soll. Beendete Draco den Satz in Gedanken. Du hast doch sicherlich Schulkameraden, die du... Abermals hielt Susan inne und sie fragte sich, ob Draco wirklich niemanden einen Freund nennen konnte. Jemand aus deinem Haus vielleicht, mit dem du gut auskommst? Fragte sie vorsichtig. Er schüttelte den Kopf und redete sich heraus, indem er sagte, Die meisten, die ich noch einladen würde, stehen sicherlich längst auf deiner Liste. Sie nahm seine Ausrede als Anlass, das Gespräch zu beenden und sagte zustimmend. Ja, da wirst du Recht haben. Dennoch gab es eine Sache zu klären, die Susan wissen musste. Was hat Snape eigentlich gesagt? Würde er der Pate für unser Kind werden? Fragte sie neugierig. Draco schluckte, bevor er kleinlaut zugab. Nein, er hat abgelehnt. Ich war ihm wohl so anstrengend genug und er möchte nicht noch einmal so eine Verantwortung auf sich nehmen. Anfangs wollte Susan darüber lachen, doch die Situation schien ihr von einer Sekunde zur anderen sehr ernst. Du findest schon noch jemanden, Draco, sagte sie ermutigend. Draco verzog seinen Mund, bevor er sich selbst verachtend sagte. Das ist ziemlich erbärmlich, nicht wahr? Susan äußerte sich nicht und wartet in Ruhe, bis er fortfahren würde und das tat er auch. Offensichtlich bin ich gesellschaftlich völlig unerträglich. Ach Blödsinn, Draco. Ich würde eher sagen, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, munterte sie ihn auf. Verdutzt fragte er nach. Ich sehe was nicht? Ist eine Redensart aus der Muggelwelt. Das heißt, dass du das Naheliegende einfach nicht siehst, klärte sie ihn auf. Aha, und was genau soll das heißen? Wollte er neugierig wissen. Sie spitzte die Lippen, begann dann aber zu lächeln und sagte. Das wirst du bestimmt herausfinden. Du wirst sicherlich jemanden finden, der Pate für unser Kind werden möchte. Nach dem Dessert hatte Susan noch immer Appetit, sodass Draco ihr seine Nachspeise freiwillig überließ. Während sie hin und wieder einen Löffel naschte, fragte sie interessiert. Wie geht es deiner Mutter? Kommt sie in eurem großen Haus gut zurecht? Ja, ich denke schon. Sie war neulich ein wenig seltsam, als ich über das Floh-Netzwerk mit ihr gesprochen habe. Sie schien mir etwas gestresst und nervös. Na, das ist doch kein Wunder. So wie ich sie kennengelernt habe, bringt sie in jeder freien Minute das Haus auf Vordermann. Das heißt also, den ganzen lieben, langen Tag über. Sie braucht mal eine Pause, sagte Susan besorgt. Nein, nein, sie ist in solchen Dingen sehr zielstrebig und möchte angefangene Arbeiten so schnell wie möglich beenden, erklärte Draco. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie so alles macht. Sie hat ja einiges erzählt, aber so ohne einen Hauselfen stelle ich mir das sehr zeitaufwendig vor. Susan grinste und mutmaßte. Vielleicht richtet sie ein Kinderzimmer ein? Langsam zeichnete sich in Dracos Gesicht Freude ab, bis er breit strahlte und über den Tisch langte, um Susans Hand in seine zu nehmen. Heißt das, du würdest mit mir in Malfoy Manor leben wollen? Fragte er voller Hoffnung. Ich würde sehr gern, Draco. Mag deine Mutter. Es hatte sich angehört, als hätte Susan am liebsten noch ein Aber hintendran gehängt. Draco übernahm es für sie, den Satz zu vervollständigen, indem er sagte. Aber mit meinem Vater kannst du es dir nicht so recht vorstellen. Da mach dir bitte keine Sorgen, Susan. Das Haus ist riesig. Manchmal sieht man sich tagelang nicht, wenn man es drauf anlegt. Außerdem wird er so schnell nicht aus Asgaban herauskommen. Seine Stimme zeugte erneut von ein wenig Wehmut. Wenn wir uns dort längst eingelebt haben und er vielleicht in einigen Jahren zu uns stoßen sollte, dann ist er derjenige, der sich mit einem bestehenden Haushalt neu einleben muss. Ich denke, er würde es hinnehmen, wenn wir drei... Er blickte auf ihren Bauch und verbesserte. Wir vier als Familie bereits in Malfoy-Männer leben, denn wie ich ihn kenne, wird er vorrangig seine Freiheit genießen wollen. Dein Wort in Gottes Gehör, sagte sie leise. Wenn sich Mutter erst einmal an das Getrappel von Kinderfüßen gewöhnt hat, wird sie es ihm schnell ausreden, uns gegenüber unausstehlich zu sein, hoffte er laut. Nach dem Mittagessen und den beiden Desserts rieb sich Susan den runden Bauch und seufzte dabei erleichtert. Ich denke, ich gehe jetzt zu deinem Vater. Irgendwie bin ich motiviert und ich bin der Meinung, diesen Antrieb sollte ich ausnutzen. Sagte sie zuversichtlich. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann grüß ihn bitte von mir. Ich... Er vermisste seinen Vater, aber das brauchte er Susan gar nicht erst zu sagen. Ich werde ihm deine Grüße ausrichten. Sagte sie, bevor sie vom Tisch aufstand und zu ihm hinüberging. Draco nahm ihre Hände in seine und lächelte sie zufrieden an, während er ihr in die Augen schaute. Gleich darauf wanderte er seinen Blick auf ihren Bauch und er gab ehrlich zu. Ich habe ein wenig Angst. Ich meine, das wird alles neu für mich werden. Oh, dann haben wir was gemeinsam. Offenbarte sie im Gegenzug und brachte ihn damit zum Lächeln. Er tätschelte kurz ihren Bauch und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange, bevor sie sich auf ins Mungus machte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zur Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.